Herzlich willkommen bei Pegasus Hypnose. In diesem Video möchte ich dir etwas über meine Arbeitsweise erzählen und darüber, was Hypnose für mich bedeutet. Außerdem bekommst du einen Eindruck davon, wie eine Hypnosesitzung bei mir abläuft, so dass du jetzt schon ein Gefühl dafür bekommst, was dich bei mir erwartet. Mein Name ist Matthias Bär, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und ich beschäftige mich schon seit mehr als 20 Jahren mit dem, was ich gerne als die innere Arbeit bezeichne. Über meine Arbeit habe ich die Hypnose als ein mächtiges Werkzeug kennengelernt, sowohl mir selbst als auch andere Menschen dabei zu unterstützen, ihr Leben zum Positiven hin zu verändern. Mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, das Leben zu leben, das sie sich wünschen. Ganz konkret bedeutet das, innere Widerstände oder auch Ängste zu überwinden oder auch eingeschliffene Gewohnheiten, die nicht mehr zu dem passen, was wir leben möchten, zu verändern. Sicherlich fragst du dich, wie eine Hypnose bei mir dir helfen kann. In der Therapie und auch im Coaching arbeite ich auf der einen Seite ressourcenorientiert. Das bedeutet, dass ich dir in der Hypnose helfe, Kontakt zu deinen inneren Fähigkeiten aufzunehmen. Fähigkeiten, die bereits in dir vorhanden sind und die dir dabei helfen werden, mit den Herausforderungen in deinem Leben auf eine ganz neue, andere Art und Weise umzugehen. Auf diese Weise ist es auch möglich, ungesunde Gewohnheiten, wie beispielsweise das Rauchen oder auch andere schädliche Angewohnheiten, auf sehr einfache und angenehme Art und Weise zu verändern. Durch eine hypnoanalytische Arbeit ist es darüber hinaus möglich, Probleme, die in deinem Leben immer wieder auftreten, an der Ursache zu behandeln und an dieser Stelle aufzulösen. Wenn du das möchtest, kannst du bei mir auch einfache und effektive Techniken lernen, wie du dich selbst jederzeit in einen Zustand der Hypnose versetzen kannst, um ab und an mal von deinem Alltag abzuschalten und selbst Veränderungsimpulse in dein Leben zu bringen. Bestimmt fragst du dich, wie das mit der Hypnose bei mir genau abläuft. Du kannst mich einfach anrufen, mir eine E-Mail schreiben oder mich auch über das Kontaktformular meiner Webseite erreichen. Wir führen dann zunächst ein kostenloses Beratungsgespräch am Telefon, in dem du mir von deinem Anliegen berichtest und ich mir Zeit dafür nehme, alle Fragen zu klären, die dich vorab beschäftigen. Für die Zeit zwischen unserem Telefonat und deinem ersten Hypnose-Termin bekommst du in der Regel eine kleine Aufgabe von mir, die dich dabei unterstützen wird, den Veränderungsprozess, den du dir wünschst, bereits anzustoßen. Wenn wir uns dann in meiner gemütlichen Praxis treffen, führen wir zunächst ein Vorgespräch, in dem wir das Anliegen, mit dem du gekommen bist, gemeinsam beleuchten und das Ziel unserer Sitzung festlegen. Hier hast du auch noch mal die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen, die dir auf dem Herzen liegen. Im Anschluss an unser Gespräch wirst du es dir dann auf der Hypnose-Liege bequem machen. Viele Menschen haben eine sehr mystische Vorstellung von dem, was Hypnose bedeutet. Du wirst jedoch feststellen, dass sich der Zustand der Hypnose gar nicht so anders oder so fremd anfühlt, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Wahrscheinlich wirst du erstaunt darüber sein, wie angenehm und entspannt es sich anfühlt, in die tieferen Ebenen deiner inneren Wahrnehmung abzutauchen. Während der Hypnose bist du dir deiner selbst übrigens jederzeit bewusst. Das bedeutet, dass du den inneren Veränderungsprozess aktiv miterleben wirst. Viele Menschen berichten, dass sie sich nach einer Hypnosesitzung sehr ausgeruht und entspannt fühlen, wie nach einem erholsamen Mittagsschlaf. Die Hypnose war für mich eine sehr tolle Erfahrung. Ich fühle mich sehr ausgeruht. Das war eine Art Tiefenentspannung, anders als ich es erwartet hatte. Und ich habe mich bei Matthias sehr gut aufgehoben gefühlt. Nach der Hypnose schauen wir dann gemeinsam auf die Erfahrungen, die du gemacht hast und besprechen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich konnte dir einen Eindruck darüber geben, was Hypnose ist, was dich bei mir erwartet und dir Mut machen, mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf ein persönliches Beratungsgespräch mit dir.